Hey, willkommen zu NEWS! Ja, und heute gibt's so eine Schlagzeile, und zwar der LS22-Code. Ja, nun endlich ist es soweit, der LS22 wurde heute offiziell von Shine Software angekündigt, schon mit den ersten Screenshots, und die werden wir uns jetzt dann gemeinsam anschauen. Legen wir los! Ja, bevor wir jetzt auch nochmal mit den Screenshots starten, zeige ich euch noch zuerst mal ein paar allgemeine Informationen. Der LS22 wird im vierten Quartal diesen Jahres erscheinen, auf eingängigen Plattformen, also Playstation, Xbox, Stadia und auch PC. Und ja, sonst ist eigentlich noch nichts bekannt, außer den neuen Hauptfeatures, also das neue Hauptfeature. Und zwar Seasons wird jetzt standardgemäß im LS22 integriert sein. Da habe ich da noch ein Bild später dann für euch vorbereitet, also das findet man auf der Website. Da sieht man den Vergleich nochmal schön, ja, und sonst wurden viele Details dazu gebracht. Mehr dazu schauen wir uns aber später gleich an. So, beginnen wir mal mit dem ersten Screenshot. Ja, hier kann man eine Farm im Hintergrund sehen und dann noch die verschiedenen Jahreszeiten. Man sieht hier, dass mehr Details drinnen sind, in der Landschaft generell und eine bessere Auflösung und so hat alles verbessert worden ist. Ja, sonst sieht man da jetzt eigentlich nichts Wichtiges. Auf zum nächsten Screenshot. Ja, beim nächsten Screenshot sehen wir einen Kuhstall, einen neuen. Und ja, im Hintergrund sieht man da noch so Lelysachen oder sowas. Und dass die Kühe halt mehr Details haben. Aber das ist jetzt nicht so ein wichtiger Screenshot. Wir gehen deshalb gleich weiter zum nächsten. Ja, am nächsten Screenshot sehen wir einen Fendt Cartana 650, der gerade dabei ist, einen Maisfeld zu ächseln. Hier sehen wir auch, es gibt neue Texturen für die Feldfrüchte. Der Boden wurde nochmal überarbeitet. Die Reifen spuren schon schöner aus. Und ja, mehr gibt es da eigentlich dann auch nicht mehr zu sagen, außer das Feld jetzt auch mit einem Feldhäcksler mit dabei ist. Auf dem nächsten und auch letzten Screenshot sehen wir den John Deere 9RX, den wir aus dem Burghold-Deal. Sie kennen mit einer Burghold-Maschine. Das heißt, das ist jetzt Standard im LS 19, äh, LS 19, genau, LS 22 enthalten. Im Hintergrund sieht man dann auch noch neue Blumen und sowas. Und das Ganze spinnende Herbstsaison. Ja, hier auch neue Texturen für das Feld und sowas. Ah, das wird einfach herrlich. Ja, sonst gibt es eigentlich hier nichts für diesen Screenshot. Und jetzt sage ich euch noch kurz, welche Maps es geben wird. Ja, laut Giants werden im LS 22 drei Karten zu Release verfügbar sein. Äh, unter anderem zwei neue und eine, äh, veränderte Version der Map R, äh, gerade die man aus dem Alpine Farming Adon kennt. Ja, und das waren alle Informationen, die es bis jetzt zum LS 22 geben wird. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren und das Video mit euren Freunden und Familie teilen. Das würde mir sehr helfen. Und mein Ziel sind bis Juli die 100 Abonnenten. Also wenn du mir dabei helfen möchtest, abonnier doch diesen Kanal kostenlos. Ich sag Tschüss. Bis zum nächsten Mal.